Ja genau, 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 genau. Da vorne hat mir einer gemessen Ruhe gehabt, ne, hier woher. Ach, wie heiß hier. Schütti, Schütti, ich will dich essen. Komm her, komm her Schütti. Ich hau dich auf den Grill. Geh zu. Geh zu Schütti, Suppe. Ok, das zu Ort. Beißt man so schön die Zähne drin alles. Ja, scheiße, ich muss erstmal... So, auf, jetzt knall den Strand vorbei. Wir müssen jetzt erstmal was zu beißen machen. Machen wir uns hier mal nach vorne. Warte mal, ich bin doch mal hier so der... Ich bin jetzt doch mal hier so ein... den Soda in der Kippel. Na, der Soda ist doch aber was Feines. Ok. Gut. Gut, alles klar. Wir haben wieder... Ja, es geht da auch nicht regnen. Ah, jetzt ist es ab. Ah, da gibt es auch noch Zeitplatz. Aha. Aha. Ah, jetzt wird es dunkel. Hase. Das wird ein schwerer Stück auch, wenn ich hier herangehört. Hier liegen wir in die Haie. Ja, ich hab's doch geahnt. Also man stürzt so immer im gleichen Gebiet ab. Ja. Ich brauche mich aber, wenn die Haie hier aneinkommen, wenn ich irgendwann mal was ausklären wird. Hepp, heiß Korte! Hab ich keine. Findet was zu essen. Ja. Ja. Oh ja. Ah. Jetzt ist es auch noch. Hm. Was regnet das? Jetzt müssen wir ein trockenes Stück Erde suchen und mir was mal auf den Grill schmeißen. Ja. Das wäre doch ganz was Großes. Hat doch jetzt auch noch ein Schiff von Blitz getroffen wäre. Na, dann machen wir uns ein Lacherfeuer unter dem Wald. Das ist ein Lacherfeuer. Ich glaube, sie ist ein Lübt. Blöh. So, wir müssen das mal schön durchbreiten hier, den alten Flümpf. Na komm, wir fahren dich. So, dann bauen wir uns... So eine Gedomo. Dann bauen wir uns halt mal irgendwie ganz was Tollos. Nala. Hunger. Mh, nomm, nomm, nomm. Manche die nicht essen. Kann ich das nicht essen? Komm, das ist ein Knusperroch. Nein! Was ist das denn blöde? Komm, wir sind in das Essen rein. Was ist das jetzt für eine Scheiße? Jetzt. Hier. Ah, nomm, 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 nomm. Gut. Okay. Schlafen noch brennen. Vielleicht könnt ihr ja Flammen auf. Ich geh'n Flammen auf. Stiggis. Ach, schon wird alles voll. Alles klar. Jetzt brauchen wir Stopp. Das Stein. Okay. Gut. Packen wir uns mal ein Bäumchen klein. Schlein am Glück. Also. Ich hab' noch ein bisschen Reis gesucht hier. Kommt mal auf. Jetzt wollte ich wohl. Jetzt. Gut. Ich hab' noch ein bisschen Geld verdient. Ich hab' noch ein lustiges Holz verliebt. Scheiße. Du, du. Nenn. Das gefällt mir gar nicht. Book of Unredden Dales. Ich brauche ein Häuslein. 13. Kriegen wir hin. Kriegen wir gebaut. Holger! Was willst du denn? Scheiße! Aber komm! Was ist jetzt her? Weißt du schon? Mindestlohn, Holger. So, ja. Haut euch in deine Scheibchen. Fing dich. Holger! Du bist eine Böse. Holger! So, aus. Los! Ich. Halt. Dich. In. Und. Kleine. Scheiben. So. Alles klar. Hm. Du warst eigentlich ganz gut für die Nacht hier. So. Mein Tier ist mein. Die ganze Baustelle sind weg wegen dir. Blöde Kuh. Das schmeiße ich mal hier her. Kann nicht die Idioten fressen mehr. So. Wer hat mir das Geh geklaut? Wer, wer, wer? Äh, ja. Ich will sie doch nicht blimbern. So. Man muss die blimbern, blimbern. Okay, zwei haben wir doch schon. Ich bin doch bis noch elf. Scheiße. Scheiße. Uh. Ich bin sowas für müde. Scheiße. Alles klar. 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 Easy Inventor. Ähm. Was haben wir hier eigentlich? Hm. Nehmen wir nach. Oh. 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 Die Kh Zhu. Was schlug. Falsch. Lest. Lest. Craften. Oh. Das noch dazu. Oh, ich komm mir nicht dazu. Gut. Crafted. Ja, und Crafted sind das nicht. Haben sie schon gecrafted? Ich weiß es doch nicht. Ich klatsch dir eine, du! Erlebnisbeugnis fest. Das ist nicht. Das war eine voll fette Feder. Oh, sieht er schön aus. Und auch Vollmond. Okay, dann noch Medizin. Ich muss probably doof und was. Okay. Zeitflötzen. Ach, Zeit. Oh, cool. Oh, süß. Ist er nicht niedrig. Erschreckend niedrig. Na gut, noch ein paar Bäume fehlen hier. Ich bin schon sehr öffnisch aufmerksam. Okay. Gut. Oh, jetzt ist er nochmal süß, du. Fliege ich das richtig weit. Es macht ja keinen richtigen Spaß hier. Es sind übelst weit fliegenbereit. Aber das ist ja cool, das ist ja herausfordernd. Brauche ich mein Haus jetzt im Gebäude? Ich kriege gleich einen Einfall. Leck mir mal hier. Erfriert. Der ist gerade zu reif als keiner mehr. Scheiße. Ich muss mal die Feuer machen. So, machen wir mal ein Feuerchen. Ach quatsch. So vieles Buch in die Krampf. Ein Feuerchen. Ein Feuerchen. Ein Feuerchen. Ein E-Feuerchen. Ja, gut. Ein bisschen aufwärmen hier. Ein Feuerchen. Ach, das wird heute wieder hell hier. Wo müssen wir gerade noch hin? Ne, ging ja hier nicht. Immer noch neun. Ach, das wird gleich blöd hier. So. Ach, was muss man denn das essen? Scheiße. Na, na, du kleine Bügelchen. Wir müssen mal. Wir müssen mal. Dammisch, 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 dammisch. Wir müssen mal ganz gewann. Wir müssen mal ganz gewann. Die sind doch alle so scheiße. Wahnsinn. Hm. 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 Nu gut. Okay. Stigis. 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 Oh, ist denn das schwul? Okay. Okay. Das ist auch immer ein Hauslein fein und wir haben Löscher in die Luft. Ach, hab ich jetzt sogar viel fertig hier. So, das liegt jetzt garantiert wieder in. So, da fällt mir das doch schon viel viel besser. Was ist denn das? Wir wollen einen Ruhm mit ihm, sonst würden wir wegwirken. Was machen doch die hier mit purer Absicht? Müssen wir böse sein. Witz. Ich brauche einfach, ich kann mich nennen. Das liegt mir so weit hinten. Komm bestimmt gleich wieder. Blöten Schweine. Auf hier. Das sieht doch gut aus. Ich habe doch irgendwo Baumstimme noch nie geworben. Und wo? So. Ich muss noch eine Zube entfernen. Das wäre natürlich saublöd. Sonst kommt wieder Olga. Meine russische Spitzfrau. Mit 8,50 die Stunde. Hm. Oder es ist Etzmi Etzgeführ. Meine türkische Spitzfrau. Mit 4,50 die Stunde. Ich muss glaube ich doch viel laut. 2. Ah, es reicht. Es ist ja rein. Nannannannannannannannann. Ach mein du. Guck noch eins. Guck noch eins. Hallo. Hallo. Oh, noch ein Tier. So, komm her. Cool. Mein Häuslein. Ja klar, jetzt ist es hell. Oh, lass mich schreien. Lass mich schreien. Ich liebe so hier drin. So, okay. Noch mit 10. So. Okay, wir haben gezählt. Noch mit 10. Klar, das braucht doch gute Mensch. Jetzt ist es wieder duckel, oder? Geht es auch, oder geht es um die Sonne? Ich weiß es nicht. Ja. Ja. Hat der eine Lampe ausgeschickt. Der ist ja schul. Ah, er hat halt nicht gewünsge... Oh, was haben wir hier? Ach, das ist ja... Gehalt!